Ich hab'n akkuraten... Hier passen wir alle fünf rein, stimmt? Oh, ich will den. Roter? Ah, nee, das hat's. Yoshi schlug. Ähm, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Warum? Meine Beine. Das war der rote Golf. Warum war nicht Yoshi fahren lassen sollte? Ach nö. Ich hab' aber keinen roten Golf gefahren. Doch kurze Zeit schon. Oh Mann, das waren so schöne Autos. Wenn du quasi auf ihm drauf saßt, hast du ihn quasi schon gefahren. Ich hab' meinen Pickup gefahren. Ey.